Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Ehrgeiz-RP. So, da kümmert ich mich so mit. So, sollen wir dann anfangen? Wollt ihr sprechen, was ihr sprechen wollt? Was reit hier? Neustens Wort. Ich hab das Wort? Ja. Okay, also erstmal, weil wir jetzt hier so alle da sind, der Clary und ich machen jetzt die medizinische Versorgung. Ihr könnt euch gerne an uns wenden, telefonisch oder über die Twist-App, aber das haben wir ja eben schon besprochen. Habt ihr alle unsere Nummern? Hm, äh, ja. Okay. Also wer sie nicht hat, oder ihr postet sie einfach bei Twist nochmal. Also meine steht auch irgendwo wegen den Schlüsseln mal drin, aber wir posten sie einfach nochmal. Genau. Ach ja, wegen des Schlüssels. Sollen wir das nicht so machen, dass wir die Schlüssel unter uns aufteilen und wenn dann irgendein neuen Spieler kommt oder so, dass wir dann einfach... Ja. Du meinst ein neuer Gestrandeter? Ja, meine ich doch. Entschuldigung, wenn ein neuer Gestrandeter kommt. Ist das hier ein Spiel für dich etwa? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin heute eine bisschen durcheinander wieder. Aua. Danke, Hermann. Das übertreibt halt. Vor allem, ihr zieht immer so durch, ey. Okay, das ist immer so gut. Ähm, nee, können wir gerne machen. Also die sind in diesem Räumchen da, ähm, also die, die ich gefunden hab, die sind quasi bei uns im Hotel nah, nicht da, wo die Zimmer sind, sondern in den Raum da davor, bei den Parkplätzen. Da hängen die. Hä? Ja. Nochmal bitte. Die Schlüssel, die ich gefunden hab. Das hört sich bei Logan immer im Kopf an. Die sind quasi, ähm, ähm, immer in so einem Häuschen nebenan. Also bei uns in unserem Dings, ja genau, ist so ein Schlüsselhaus. Ja, sag das doch. Und da kann die, also jeder verteilen halt. Ich hab das halt nur mal geschrieben, falls, Junge, kannst du mir jetzt mal zuhören, oder? Ja, natürlich, das stimmt. Ganz mit dem was immer, bitte. Also wirklich. Ich hab das halt nur reingeschrieben, dass sich die neuen Leute nicht denken, scheiße, was soll ich machen, wo muss ich hin, sondern dass die halt das irgendwo lesen, dass sie wissen, dass sie sich wohin wenden können. Ja, okay. Nee, nee, macht ja Sinn. Also das kann ein anderer auch verteilen. Ah, okay, ne, dann geht's ja. Dann ist ja gut. Okay, äh, dann, äh, warum ich eigentlich, äh, ursprünglich mit euch reden wollte, ich wollte mal Ideen sammeln, äh, wie wir die Gemeinschaft hier so ein bisschen besser beschäftigen können und vielleicht auch die Leute, die schon sehr lange am Schlafen sind, ne, äh, dass man die vielleicht auch mal wieder dazu animiert aufzustehen und sich ein bisschen hier an dem Leben zu beteiligen, ne, weil die sind ja nur am Pennen. Da haben wir so ein paar Kandidaten. Also entweder, entweder sind sie am Schlafen. Ja, was soll man machen, das sind halt auch einfach Depressionen, ne, du kommst ja an, du, da hast hier eine Lebenskrise. Manche können das nicht so aktiv wegstecken, die liegen halt dann da und weinen vor sich hin. Bei so viel habe ich mir noch eine Theorie, dass sie allergisch ist gegen Blumen und dass sie vielleicht mittlerweile tot ist. Aber ja, gut. Das liegt ja dann wohl eher an dir, oder? Dann wäre es bei dir schuld. Dann wäre es meine Schuld, genau. Ja, dann sollten wir wohl schon wieder überlegen, was man solchen Menschen machen. Aber da kommen wir später. Du hast genauso viele Leute auf dem Gewissen wie ich. Alter, du warst immer dabei. Ja, deswegen sage ich ja. Das war ein Hut und ein dicker Mann. Ich wollte nicht noch mal einen Huhn. Okay, weiter zum Wesentlichen. Ich habe noch ein Hase dabei. Dann kann ich noch was auch. Ja, und eigentlich, ich weiß nicht, Logan, wolltest du eigentlich was sagen? Weil du hattest ja auch gemeint hier, von wegen, wir sollen uns nochmal treffen. Ja, generell ist ja so, was ich ja nun schon so gesehen habe, immer wenn ich so von Feld zu Feld fahre. Also ihr wisst ja alle, dass ich mich so um die Landwirtschaft kümmere mit und um die Felder und allem drum und dran. Aber generell ist es ja auch so, dass ich schon ab und zu mal, ja schon andere Gestalten gesehen habe. Wir wissen alle, dass man da jetzt, wenn man die nicht unbedingt kennt, durch die jüngst vergangenen, wie soll ich sagen, Komplikationen, da nun nicht unbedingt hinrennt und sagt, hallo, ich bin Logan, sondern erstmal so von Weitem bisschen guckt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass da so ein paar neue da rumlaufen, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das generell solche Verrückten sind von der Insel hier oder ob es gestrandete sind oder so. Und mir wäre es schon wichtig, wenn wir schon uns öfters mal zusammenfinden. Hier gerade guckt man hier am Marktplatz, kann man sich ja schon immer mal ein bisschen einfinden. Gibt es was zu essen, gibt es was zu trinken, können wir halt immer mal schwätzen und so. Und ich finde halt auch, so dieses Gemeinschaftsgefüge bestärkt das Ganze halt auch. Weil man ist ja nur in der Gruppe gemeinsam stark. Ja, richtig. Und wer Bock hat, kann natürlich auch bei den Feldern mit unterstützen. Da gibt es natürlich auch ein bisschen was dafür. Fuba-Gaps oder in Essen zum halben Preis. Also das ist auch immer gern gesehen. Wenn du uns sagen kannst, was wir machen sollen und uns das ein bisschen erklären kannst. Ja, gerne. Also da hatte ich sowieso die Idee. Also wer da Lust drauf hat, das würde ich auch mal bei Twist reinschreiben. Wer Lust drauf hat, machen wir da einfach mal so einen, ja so einen Kurs, so einen Schnellkurs. Machen wir unser nächstes Meeting halt bei dir auf dem Feld. Zum Beispiel, können wir ja machen. Nächste Woche, Mittwoch vielleicht eventuell, wer Lust und Laune hat. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann wüsste vielleicht auch mal jeder von uns, wo deine Farm ist. Weil wir haben ja, ich weiß nicht, Jess, du weißt glaube ich noch nicht, wo der Logan seine Farm ist. Nein, ich weiß noch nicht, wo die ist. Genau. Schau mal, hab ich dich schon jemals irgendwo gesehen oder gehört? Ja doch, doch, ich weiß es. Ich hab ja da auch schon Zombie reingehen sehen. Ja. Aber es ist, also da ist keine Angst. Ja, ich kann nichts weiß, einfach weil ich höre ihm zu. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Nee, oder? Hi, ich bin die Clary. Ich bin Jess. Um nochmal das Thema verrückte Leute aufzugreifen, also wir wissen jetzt aktuell von einem mit einem roten Mantel, der uns umbringen wollte und von einem komischen Doktor, die sich beide kennen, aber der Doktor tut wohl nichts, außer Sachen klauen. Ich hab beide noch nicht getroffen. Wer hat einen roten Mantel? Der Typ, der Ravi Gustav von mich umbringen wollte. What? Okay. Ja, das war so einer mit einer schwarzen Maske über den Kopf und der ist auch leider bewaffnet, der hat eine Pistole gehabt. Oh, scheiße. Ja, ja. Okay. Und der irgendwas... Es wäre mir doch lieber, wenn es ganz leer gewesen wäre, die Insel. Der auch irgendwas gelamert hat von wegen, wir müssten hier alle eine Prüfung ablegen auf dieser Insel und das wäre seine Insel und der röhnt uns hier nicht und... Ja, das ist ja schön ein bisschen ballerballer. Du, wir gehen auch wieder. Kein Problem. Er soll Guru ausmachen, wir gehen. Nein, es ist nicht so, als wären wir freiwillig hier. Na ja, er meinte, wir kommen ja nicht leben drunter. Und von wegen, der Körper kann gehen, der Geist bleibt hier oder sowas. Oh Gott. Ich glaub, warum geklärt, oder? Nee. Er meinte, irgendwas von wegen, der Geist bleibt hier, aber der Körper ist... Der Körper wird dann auch schon mit Brügel gesammelt oder... Hä? Oh, da war da auch irgendwas mit einer Opfergabe da... Oder was war denn das unter dem Happy Tree Friends Camp? Ach, stimmt. Deine Höhle war doch was. War das nicht irgendwas mit Opfergabe? Stimmt, da stand ja irgendwas mit Opfergabe dran oder so, ne? So Opferplatz, ja, keine Ahnung. Wie Opfergabe? Ich weiß nicht mehr, was da genau war. Wo wir damals bestrandet sind, wo wir zu dem Happy Tree Friends Lager gelaufen sind. Ich glaub, da war ich noch nicht mit dabei. Nee, stimmt. So. Warte mal, stimmt. Genau, Masradi ist doch später gestrandet, oder? Ach, stimmt. Wer wechselt ihr mich vielleicht mit dem Tom? Nein, 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 das kann nicht passieren. Wie soll man denn dich mit Tom verwechseln? Eben, also da zeigt unterschiedliche Charaktere. Ja, ihr heißt anders, ihr seht anders aus. Ihr redet anders. Richtig. Gut, ihr habt beide versucht, Mena wegzuflanken, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Einer hat's geschafft. Katschi? Ja, ich glaub, das muss ich nochmal korrigieren. Also der Mena hat mich gestern auch nochmal aufgeklärt. Okay. Äh, das war nur so ein halbes Ding scheinbar. Wegen? Oh, zähl. Ich dachte, du hast dir weggeschäppert, Kamasutra von A bis Z durchgespült mit dir. Nuh, doch nicht mal. Ja, warte, stopp, stopp, stopp. Was ist denn bitte ein halbes? Ja, mit einem Armsteifen hier rein. Ja, so ungefähr. Also wir mussten abbrechen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie... Wir mussten abbrechen. Aber das hast du erst durch sie erfahren und hast selber nicht mitbekommen? Ja, ich hab... Er hat sich ja den Kopf angehauen. Pst, lass ihn mal erzählen hier. Also ich weiß nur noch, dass ich mir den Kopf an der Zellstange angehauen habe. Und ich hab's auch, meine ich, anders in der Erinnerung gehabt. Aber Mena hat mich da gestern aufgeklärt. Aber sie meinte auch, die hätte... Ach, die Scheiße. Sie hätte irgendwie... Was hat die? Die war ja gestern ganz komisch unterwegs. Ja, ja. PMS meinte sie, ja. Ja, ja. Achso, ja, okay. Das ist das Rote mehr auch noch. Peter-Maffei-Syndrom war das schon davon. Mhm, genau. Der Red River kommt woher. Also die Aperfelder blühen noch quasi. Ja, richtig. Ja, ja, das ist das. Ja, ja, das ist das. Okay, verstehe. Das ist noch nicht anderweit. Die war gestern ganz wichtig. Himmel, ja, Gott. Aber was, Rati, jetzt mal ohne Scheiß. Du musst doch merken, beim nächsten Tag, ob du sie weggeknattert hast oder nicht. Ja, Logan, ich hab mir den Kopf an der Zellstange ziemlich heftig angeknallt. Aber du merkst es doch an... Aber jetzt mal ohne Scheiß. Du merkst es doch, ob Mena hier drin war oder nicht. Ja, bestimmt Naita nicht mehr. Naja, ich würde sagen, wir weg sind jetzt. Das schmeckt aus Erfahrung. Wie, aus Erfahrung? Was? Das ist Naita. Da ist nichts mehr mit mir, mir wackelt. Da ist vielleicht ja... Manchmal braucht man doch ein bisschen Anschub. So ein halbes Ding. Ach Gott, das will... Ja, und was ist da jetzt denn mit dir und... Ja, wie war das dann? Hast du dir den Kopf angeschlagen und dann war er vorbei oder was? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Egal, was ich sage, ich sehe falsch. Deswegen... Keine Ahnung, ich würde sagen, wir warten einfach nicht... Das ist das Vertrauen generell so. Wir warten einfach nicht... Das ist ja erstes Mal versaut, das weißt du, oder? Ja, ich bin ja eigentlich der Meinung von wegen, dass man da nicht so öffentlich drüber spricht. Nee, 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 das ist auch nicht... Ihr habt mit dem Thema angefangen, nicht... Also das... Definitiv. Mehr als sechs Leuten gleichzeitig solltest du das auch nicht erzählen. Hat eigentlich jemand von den Ärzten verbannt vielleicht dabei? Könnte mir so einen, die haben gar nichts dabei. Wir können später gerne... Dann lege ich mich vielleicht, irgendwann nochmal schlafen zu stehen. Wir können... Hey, wir sollten uns eine Bezahlung überlegen. Ja, das sowieso, weil ich weiß, was für eine Art das war hier mit, ne, das Zeug da holen. Und ich musste ja auch das Samen für der Hanf kaufen, ne, das hat ja alles Geld gekostet. Na, den Samen könntest du in Zukunft vielleicht bei mir kaufen. Ja, suchst du künftig, künftig gerne. Aber wir mussten jetzt halt erst mal ganz schnell irgendwie an das Zeug drankommen. Und da habe ich das bei der Halsabschneider dahinter gekauft. Ja, oder pass öfter. Ja, da riecht er auf das, ja. Pass öfter machen wir es ganz anders. Du brauchst die Samen gar nicht kaufen. Ähm, dann holst du dir einfach den fertigen Hanf immer bei mir. Ja, noch welcher. Muss ich nicht mal anpflanzen. Genau. Ein Traum. Ein Träumchen, ja. Das ist ja dann, das ist ja dann weniger, weniger schlimm. Hast du denn genug Leute, die das anpflanzen bei dir? Ja, du bist der Erste. Warum ich? Weil du gerne solche Arbeit an frischer Luft machst. Ja, ich helfe dir. Der raucht doch die Hälfte weg, Alter. Nee, der hat plus keinen Fall noch arbeiten. Wir sind ja Experten quasi. Ja, wir wissen ja, wie das funktioniert. Wir wissen ja, wir wissen, wir haben funktioniert. Da bleibt nicht viel von der Ernte, Leute. Aber ihr denkt mir das. Wir haben ja schon wieder alles auf Hals, ne? Ryan kann sich ja auch mal ein bisschen öffnen. Das heißt, ein bisschen. Nur weil meine Axt abgebrochen ist vom ersten Mal, ja? Ah, ja. Da krieg ich auch nichts auf Hälfte. Außerdem habe ich doch dann weitergearbeitet, ja. Da muss ich, da muss ich, da... Rati erklärt das mal vom letzten Mal, wo wir mit den Echsen unterwegs waren. Ja, aber da noch ganz kurz, da muss ich da rein wirklich loben, weil gestern waren wir auf dem Sportplatz und da hat er wirklich geackert wie eine Esel. Echt? Ja, ja. Wollt ihr das immer gut machen? Ja. Okay, das ist... Der Chef war ja nicht da, deswegen... Ach, da können wir arbeiten, wenn wir das alles nicht, du Arsch, Junge. Kann ja wohl nicht wahr sein. Sag mal, wo seid ihr jetzt eigentlich alle in den Hotels? Also, Rajesh ist mein Nachbar? Wer ist Rajesh? Ich glaube, sie meint mich. Ravi, wie Ravi, Joni? Ich weiß, aber Rajesh Kudrapali. Basmati, ja. Basmati, Reis. Also, bei mir ist doch Masrati. Was ist denn, der Ravi, so schwer? Dass du an Autos denkst, dass wir schon... Äh, Logan, du bist auf deiner, auf deiner Dings-Farm, oder? Ja. Und der Rest ist wo? Ryan in seinem Tischchen? Ich schlaf in der Werkstatt, ja. Und ihr? Im Zilt. Im Palito. Harmony. Auf Palito. Sag mal, wie heißt denn du mit dem Rucksack? Ja, welche? Na, der da halbnackt. Achso, das ist der Mike. Der da halbnackt. Ah, du bist der Mike. Ja, es war letztes Mal so dunkel. Mike aus der Bronx? Ja, alles gut. Äh, Jay, oder? Jazz. Jazz? Fast gut. Bist du auch in so ein Hotel, oder bleibst du im Zelt? Nee, gerne. Welches Hotel hättest du denn gerne? Ist egal, hauptsache ich kann irgendwo schlafen. Ja, das, ein Schlüssel sind, soweit ich weiß, noch von beiden Hotels übrig. Kannst du dir jetzt kurz überlegen und mir dann sagen, welches du gerne hättest. Also es reicht auch, wenn du es mir erst in zwei Tagen oder nächste Woche oder so sagst, wenn du es dir erst überlegen willst. Es gibt halt eins oben in Palito und es gibt eins hier in der Nähe, in Harmony. Ich bin mal ganz fix um die Ecke, gleich wieder da. Jo, eigentlich klar. Ja, ich glaub Palito hat's ganz gut gern. Ich könnte dir dann einfach, wenn du nachher mal drunter fährst, oder was machst denn du nachher? Dann könnte ich dir nämlich unten, äh, einen Schlüssel geben. Achso, ich hab eh noch einen Auftrag für dich, Heimann. Was, wem? Der war am Schrottplatz, der Typ, den kannst du richtig ausschützen. Der ist einfach verdient. Ja, aber seine Meinung immer noch nicht gehen wird. Ah, da hat er Mena Fett genannt? Leute, ich bin auch mal kurz weg. Ja, nicht nach der. Kurz weg. Ne, deswegen. Meine lieben YouTuberinos, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, dann lasst ein Däumchen da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, adieu.